können wir erst mal hallo sagen hallo hallo und einen wunderschönen guten tag hier vom reitstein so ist es richtig und ihr habt ihr schon gesehen anna ist schon los gerannt warum was haben wir denn vor ja das ist richtig es gibt nämlich gerade noch ein sehr gutes angebot vom moviepark ich hoffe auch noch zu der zeit das video sieht weil den rest der saison 20 24 inklusive der christmas hollywood plus saison 25 aber ich glaube was jetzt schon ganz gutes angebot weil dieser bonus gibt es nur efteling mit drin dann haben wir wollen dann mit den jahren mit drin und 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 noch ganz viele andere sachen ja müsst ihr auf jeden fall mal schauen auf der seite vom moviepark ja aber was guckst du ja wir sehen und wir sehen nämlich gerade also wir haben schon 14 uhr wir waren nämlich eben noch im schloss beck da haben wir ein video gedreht das kommt auch auf diesem kanal oder war schon auf diesem kanal schaut doch einfach mal ja fünf minuten für wie ist nochmal das ist so wenig wir sind nämlich heute tatsächlich hauptsächlich wegen der fesse ja aber auch weil wir mit euch die traktoria hollywood mal testen wollen dieses video handelt halt so hauptsächlich von dem all you can eat angebot des movieparks dazu erfahrt ihr also dann in diesem video mehr daher wünschen wir euch guten appetit und viel spaß dann dann Wir sind fertig! Hallo! Hallo! Hallo, Hunger! Die fehlende dritte Person! Dritte Person, los geht's! Auf der Seite ist das Bambelbill vom Salat, also mit der Maschine. Seht Ihnen auch pro Person unter zwei Fleißen kleine Tabeln dazu, oder eine große, aber es weißen wir, oder eine Flasche Wein, oder weißen. Freigetränke, freigetränke, aber wenn man das gerade, ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme so gut verstanden hat, Softdrinks und so sind komplett frei, genau, Softdrinks und Kaffee, 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 und wenn es was Alkoholisches sein darf, genau, dann gibt es entweder zwei kleine Flaschen Bier, eine große, was aber Weizen ist, eine Flasche Wein, weiß oder rot, und die muss man aber beim Personal bestellen, ja, würde ich sagen, gibt es für uns gleich jetzt mal ein Bierchen, oder noch bei der Wein, Aber erstmal eine Cola, ne? Aber erstmal, ich wollte gerade sagen, erstmal, was haben wir denn, Cola von der Sprite, Zero, Wasser, eins, ja, gerne, danke schön, auf die Plätze, fertig, achso, geht nicht, geht nicht, da steht da groß Kusch drauf, ne, mein Griechisch ist nicht so gut, tut mir leid, ja, klären wir nochmal, Anna, jetzt hier wird was zu essen, ich hätte gerne eine Portion Pommes, ich glaube nicht, dass ich die hier finde, warum denn nicht, weil wir in einem italienischen Oh, aber guck mal, was hier ist, deine Salat Bar, oh, cool, ist auch einiges, ne? Ah, das sieht doch ganz cool aus, hier ist Dressing, aber auf was hast du es abgesehen? Bitte? Auf was hast du es abgesehen, Pizza oder Pasta? Ich glaube, beides. Ja, ist ja nicht umsonst all you can eat, ne? Oh, hier gibt es sogar als Nachtisch-Sweet-Pizza, oh, ganz gefährlich. Banane mit Coachella, Vanille-Kirsche sind super, ist gerade aber nicht da, ist schon. Ist gerade aus. Ah, guck mal, Sarah, haut sie hier schon die Nudeln. Ja. Ey, Penne. Pesto, Tomato. Ja, Bolo. Hier ist aber mit Käse, ne? Ja, Barbecue Chicken, Bolognese Pasta, sind glaube ich gerade am aufhören. Barbecue Chicken. Also, das ist so ein Knoblauchbrot oder so, ne? Ja, da steht wahrscheinlich überall einfach so in der Mitte. Und Balami Pizza. Thunfisch, Balamita. Und dann ne Veggie Pizza. Und Loaded Veggie, das ist dann wahrscheinlich einfach ne Gemüse Pizza. Okay. Na denn, guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Wir machen den Kippen. Und dann Blitz. Und dann kann sie das Wadelskirchen. Wir machen den Kippen. Wir machen den Kippen. Die Kippen haben toll. beobachtet. Aber was viel wichtiger ist, wir haben unser erstes kleines Hügelchen gestillt. Das hatten quasi auch alle. Pizza, Nudeln und Salat. Das ganze Angebot auf dem Teller. Kann man machen. Also jetzt so das erste kleine Fazit. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt bezahlt mit dem Rabatt durch den Gold? 21,15. Ja, das sind 15 Prozent. Das ist heiß. Wir haben jetzt hier alleine Cola, dann trinken wir heute zum Beispiel noch vielleicht zwei Bier oder sonst was. Das heißt, nur durch die Getränke hast du eigentlich schon den Preis raus und das Essen ist... Also die Pizza ist wirklich gut. Die Nudeln sind okay. Salat ist auch okay bis gut. Also Preis-Leistung ein bisschen. Könnte ja noch ein bisschen mehr Brüte haben. Aber dadurch, dass hier auch viele Kinder mit essen, dann glaube ich, dass... Aber was hast du hier stehen? Du hast hier noch Schärfe und wahrscheinlich Chili und Knudeln. Und dann gut, du hast hier noch Pfeffer. Und Tabasco und das ist da auch noch da vorne, glaube ich. Ja. Ist das Parmesan noch? Ja, ich glaube hier auch noch. Ja, Parmesan das auch noch. Aber Salzseels, aber ja. Ja, wir werden auf jeden Fall noch ein-, zweimal geben. Dreimal, viermal. Und wir haben ja auch den Nachtisch geblickt, wobei die Basis von dem Nachtisch ist ja quasi der Pixabool. Aber was ich eben noch gesehen habe, das gab es nicht eben nicht. Die haben aber auch alles wieder aufgefüllt. Äh, ziemlich benutzt. Lecker. Lecker. Also, ja. Und Kaffee kann man ja auch noch haben. Ja, Kaffee. Ja, aber ja, wir suchen gerade auch schon jemanden, der hier rumrennt, der unsere alkoholische Bestellung auf. Anna bleibt bei Cola. Irgendwas anderes gibt's ja nicht. Prost. 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 Tut. Prost. Pau mal davor, ey. Dynam Piran Patate. Okay. Für sie gibt es, ja wie hieß das, bunte Pizza, glaube ich, mit Schoko und Streusel und Zander. Und für mich gibt es die andere, das ist, wie ist das, ja genau die, deine auch nochmal Ja wer kommt denn da? Ganz frisch und ganz warm. Mit Zimt und Zucker. Da haben sie jetzt alle für gewartet, ne? Boah, aber wie, drei Mann haben sie davor gestanden, es sind immer nur so sechs Stücke. Von denen machen die kleinere Stücke, aber da sind immer noch sechs. Ich weiß nicht warum, ganz wenig. Na dann, Zeit für Nachtisch. Ja. Ja, ich glaube wir sind satt, mehr als satt, ja, ich hab schon wieder verlaut. Soll man das machen? Nee. Kommst du mit? Jo, ich komme. Da ist er wieder, der voll gefressene Reinstein. Das Ganze zu einem Schnapperkurs von 21,15 Euro. Inklusive Softdrinks, inklusive zwei Bierchen, die wir uns genehmigt haben. Pizza, Pasta, Salat. Oh, you can eat. Eure Mai. Bad. Heier. Preis, Leistung, super. Ja. Also es ist jetzt kein super, duper, ultra tolles Essen, also es ist lecker, aber für den Preis, all you can eat mit den Getränken. Für den einfachen Dorn halt. Jederzeit wieder. Ja. Doch, auf jeden Fall. Ja, an der süßen Pizza können sie noch ein bisschen arbeiten, würde ich sagen. Ja, gut, meine Weiz. Aber die war jetzt halt auch schon echt kalt. Ja, es ist halt, ja. Also das ist tatsächlich auch so die Nudeln und so, die waren zwischendurch schon nicht mal mehr lau warm. Aber... Da musst du essen, wenn du dir die Sachen geholt, also die stehen. Ich muss ja ständig warten, bis alle hier essen haben. Ja, oder halt eben zu durch, ne? Oder gar nicht durch. Ich hatte keinen Nudelsalat, also da waren die Nudeln noch gar nicht durch. Bestens die Spaghetti die waren. Aber hier dieser Coleslaw, den fand ich richtig lecker. Also der war super gewürzt, den fand ich sehr gut. Der war frisch aus dem Ei. Ja. Ist ja egal, aber er hat geschmeckt. Ja. Ich hatte Paprika, die war super. Also mein persönlicher Favorit war die ganz einfache Margarita Pizza. Weil irgendwie mit dem Käse und der Tomatensauce, das hat einfach sehr gut zusammengepasst, das war sehr stimmig. Oder mit Pestobeutel. Was war dein? Was war dein Highlight? Bei mir auch tatsächlich die Margarita. Die Margarita, die Barbecue Chicken. Die war auch sehr, sehr gut. Also die Pizza erinnert zum Pizza, ein bisschen an Pizza hat. Von der, von der Fluffigkeit her. Manchmal hat man Glück, dann hat man noch ein bisschen Käse am Rand. Bei meinem Fächer hat man drüben Rand. Ja. Ja. Aber so ein bisschen Kräuterbutter, das war es also, dass man da noch irgendwas dazu nehmen könnte. Joli. Das wäre auch nur eine Idee. Ein Pizzabrötchen wird ja auch. Also wenn ihr Bock habt, packt noch ein Pizzabrötchen. Ja. Also regulär kostet es wie gesagt 25 Euro. Dürft dann hier zwei Stunden schlemmen. Es gibt dann glaube ich auch ein Angebot für 30 Euro dann den ganzen Tag. Da müsst ihr aber nochmal genau schauen, wenn ihr am Park seid. Ansonsten mit den Jahreskarten habt ihr Gold, glaub ich, ne? Ja. 15 Prozent Rabatt und 20 Prozent mit Platin. 20 Prozent mit Platin. Aber ganzer Tag heißt eigentlich von 12 bis 17 Uhr länger. Ja. Genau. Von daher, ich würde sagen, hier, die Trattoria Hollywood kriegt auf jeden Fall einen Reitstein-Stempel. Ja. Ja. Wir werden wieder kommen und ja, jetzt aber haben wir keine Lust mehr über Essen zu sprechen, weil sonst... Ja, wir müssen jetzt grad sacken lassen, weil wir haben jetzt noch... Ja. Noch mehr Essen brauchen. Noch mehr Essen. Richtig, noch mehr Essen. Und in diesem Sinne, ja, wenn ihr keine weiteren kulinarischen und andere Highlights verpassen wollt... Solltet ihr diesen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren... Ja, und ein Däumchen da lassen, weil's gut ist. Ja, das ist halt immer... 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 Ja, das ist halt immer so ein richtiges Bäuchlein willkommen. Oh, guck, guck mal. Oh, da ist der kalte Mond in mir. Und gleich erst noch ein leckeres Glasflüssige Butter zum Nachtisch. Unglaublich, ja. In diesem Sinne, ne, bleibt geschmeidig. Guten Appetit und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.